so fast eine stunde gespielt und ich bin vor seiner mutter ich weiß es denn ich habe schon auch gegen sie verloren und verderben Struggle, Struggle, Struggle! Schwitzen, schwitzen! Oh nein, nein, nein! Nein! Das ist ja voll! Das ist ja voll! Ich muss ernsthaft sagen, ich habe mir hier eine Stunde lang den Arschloch aufgezogen. Ich habe mich aufgeschwitzt. Zum Glück habe ich eine Pause dazwischen gemacht zwischen 1. Verlust und 2. Gewinn. Also ich weiß nicht, ich glaube ich hätte verloren. Dann hätte ich das aber auch nicht auf Kamera. Dann sehe ich da ein Paradox. Wird es jetzt lustig sein, wenn es doch nicht aufgenommen hätte. Ich habe mich sehr gefördelt. Bis zum nächsten Mal.